Ich glaube, es geht los oder was? Gott! Ja, ich werde so richtig viele Einheiten verlieren. Was sind überhaupt meine Commanders? Oh Gott! Ich will meine Commanders nicht verlieren. Aber, glaube ich, alles gut, würde ich was mal sagen. Das läuft wirklich richtig gut. Das war mein toller Commander. Oh Gott, der Wichs hat meinen Commander absolviert. Richtig geil. Ja, toll. Egal, ich werde es jetzt nicht nochmal laden. Keine Lust mehr hier. Jetzt wird erstmal alles platt gemacht. Komm, macht die Türme hier alles platt, was noch steht. So, das nehmen wir noch mit, das Artefakt. Schießt mal die Luftabwehrenstücke. Schießt die Luftabwehrenstücke. Es hätte wohl jemand die Luftabwehrenstücke schießen können. Nehmt wenigstens mal hier mal das Artefakt auf. Artefakt wurde gefunden. Okay, jetzt brauche ich... Du! Herzlichen Glückwunsch! Sie werden recycelt. Also, da steht noch ein wenig ein Mob rum, der jetzt nichts mehr zu tun hat. Du fährst jetzt mal schön dahinter. Äh, Moment, ich habe noch eine Artefakt hier. Gausskanone. Ist die gut? Was macht ihr denn? Hallo! 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 Abbrechen. Oh, ich lasse mal schnell noch fertig sein. Konstruktion abgeschlossen. Hä? Äh, ja, was soll ich? Na, keine Ahnung. Abbrechen. Wir laden schon mal neun Einheiten ein. Bist du dann mal fertig? Abbrechen. So. Du wirst jetzt recycelt. Tschüss. Auffriede dich. So, gut. Baut mir einen Commander. So, jetzt war jetzt noch die Einheiten wieder zu irgendwie. Konstruktion abgeschlossen. Zuweisen. Der hat natürlich noch alle, ja. Geil. So. Geht mal reparieren. Bist du dann? Bist du dann? Das wird Stunden dauern. Stunden. Sag ich nur. Oh Gott. Konstruktion abgeschlossen. Jetzt voll Spaß. Dies hab ich als... Wer hat euch überhaupt zum Militärdienst zugelassen? Könnt ihr mir das sagen? Ich meine, hallo? Ihr seid so blöd richtig zu fahren. Wer lässt sowas wie euch zum Militärdienst zu? Hallo? Und das war natürlich wieder der falsche Komma... Komm her. Ja, da ist es doch. Ihr seid auch nicht zugewiesen. Du? Du bist zugewiesen. Du auch. Konstruktion abgeschlossen. Oder? Ja. Ja. Irgendwie schon. Gebäude wird angegriffen. So. Solltet ihr nicht irgendwie reparieren oder so? Boah, hier geht mir auf den Sack. Boah, was macht denn hier? Fahr doch mal weg. Fahrt halt mal weg. Ist das wirklich so schwer? Ja, ist das. Ihr baut mal Fl... Flack. Kotzt mich das an. Hallo. Sag mal, warum machst du nichts? Du willst... Ich weiß, was du machen willst. Du willst einen Sensor-Turm... ...bauen... ...und einen Sevi-Turm. Sevi-Turm. Komma eins, meldet. Konstruktion abgeschlossen. Ihr geht mir auf den Sack. Gebäude wird angegriffen. Verpisst euch doch einfach mal. Apropos verpissen. Mein Commander ist fertig. Also... Oh, ich hab ihn ja schon vollgeladen. Ach, bin ich schlau. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Boah, schließ den mal ab, da. Konstruktion abgeschlossen. Geht mir auf den Sack mit ihren scheiß Fliegern. Und ach. So, ist alles zugewiesen, wenigstens. Na, wenigstens etwas. Konstruktion abgeschlossen. Hier baut noch ein wenig Dings. Dann baue ich da oben mal wieder ein wenig Artillerie. Ihr steht ja immer noch da unten. Hallo. Noch nicht mitbekommen, dass ihr da verpissen sollt. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Äh, erst fahren sie nicht rein und dann wollen sie nicht wieder raus. Und warum bist du nicht rein? Was soll der Scheiß? So. Konstruktion abgeschlossen. Jetzt bauen wir hier oben Artillerie hin. Oberrechtsumeldet. Verstärkungen sind eingetroffen. Könnt ihr das jetzt mal kaputt schießen? Pff. Konstruktion abgeschlossen. Na komm, noch zwei, dreimal und dann gut ist die Sache. Komm. Oh. Fahr da weg. Komm. Fahrt weg. Es dauert zwei Wochen, sie da hinten fahren zu lassen und dann nochmal zwei Wochen, sie da wegfahren zu lassen. Das ist doch nicht wahr. Echt nicht. So. Gut. Gut, gut, gut. Oberrechtsumeldet. Was? Warum bist du kein... Hab ich doch irgendwas anderes recycelt? Konstruktion abgeschlossen. Eigentlich überhaupt nicht, ne? Scheiß drauf. Dann ist es eben kein Elite. Nein, Hero. Was auch immer. Ist mir inzwischen auch scheißegal. Scheiß Wegfindung. So. Ihr baut weiter. Ihr baut jetzt einfach nur noch Artillerie da rauf und fertig ist. Steht wieder ein Weg. Egal. Wollen wir es eben so. Konstruktion abgeschlossen. Wenn die Mausen Weg fahren. So. Wo siehst du hin? Ah, da steht ein Turn kaputt. Aus. Gezeichnet. So. Ja, die Basis da oben platt. Die da unten. Das wird anspruchsvoll. Apropos. Nein, sehen Sie, Adlerie da unten steht immer noch. Scheiße. Oh Gott. Wo gehe ich lang? Das ist alles scheiße. Konstruktion abgeschlossen. Luft einhalten. Dann wäre das fast schon wieder einfach. Wir speichern erst mal wieder. Sperrt es überhaupt. 20.15 Uhr. Ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich habe gedacht, ich mache die Mission immer so nebenbei. Ja, fick dich. Man könnte einfach so nebenbei machen. Wenn nicht so 200 Milliarden enge Pässe wären, wo die Einheit einfach nicht durchkommt. Aber halt echt mal überhaupt nicht. So, wo ist mal Hero zur Hölle? Ich habe doch einen recycelt, der war Hero. Geiz. Clown sind wir hier. Trügen mich hier um mein Hero. Was soll der Scheiß? Schick los. So, ihr habt nichts brauchen, dass ihr noch schießen könnt, oder was? Ach, ihr reichert jetzt einfach zu kurz. Inschlacketen, wenn alles reichen, oder reichen? Ach, sie reichen auch nicht. Oh. Aber eine schöne Abwehr haben wir schon mal, ja. Sehr schön. Wie viele Einheiten brauche ich denn überhaupt noch? Oh Gott. Die 10 reichen ja noch gar nicht. Ei, 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 ei. Ja, baut gleich noch nicht mehr. Genug gibt es hier, glaube ich, in der Mission gar nicht. So, dann fahren wir mal da runter ein Stück und schauen, was da unten so abgeht. Nur wie lang, ne? Ist noch gar nicht da und sind schon eingetroffen. Na klar. Habe ich den richtigen genommen? Naja. Wäre auch zu schön gewesen. Der da vielleicht. So, jetzt gehen wir langsam die Commandos aus, denen ich noch was zuweisen kann. Also muss es, muss es, muss es, muss es, muss, äh. Äh, äh, buch. Hallo, Commander. Der da sein. Oh, der hat ja 513 auch noch. Geil. Richtig, richtig geil. Oh Gott. Und sie keilen sich schon wieder da überall. Nein. Hauptreifer jetzt auch mit runter. Komm. Ladet mal in. LKWs nehmen wir auch mit. So, tschüss. Fliegt los. Wir brauchen noch mehr Reparaturplattform. Am Ende der Runde ist die ganze Map voll mit den Dingern. Aber ich brauche sie nun mal, verdammte Scheiße. Könnte noch eine hinbauen. Da. Und, und, da. So. Warum ist eins immer noch nicht unten? Och, es ist etwa... 19% der Missionen verbringt man doch nur damit hier irgendwie... ...so zu sehen, wie sie die Einheiten irgendwo reinkeilen. Habe ich irgendwie das Gefühl. Egal, wir speichern nochmal. Weil, man kann die auch oft genug speichern. So. Wie machen wir das jetzt mit den Einheiten? Wir fahren einfach mal da runter. Aber schalten sie diese mal vorher um. Verstärkungen sind eingetroffen. Na, ideal. Konstruktion abgeschlossen. Äh. Nein, 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 nein. Oh, ich weiß nicht. Jetzt den... ...Kommander zu. Oder ist der Richtige? Nein. Oh. Naja, scheiß drauf. So, wir schicken gleich noch viel mehr runter. Wir schicken alles, was noch irgendwie in der Basis ist, gleich mal runter. Wir werden es eh brauchen, also von daher... So, und jetzt fahren wir mal schön gemütlich da runter. Und schauen wir mal, was noch so ist. Okay, da ist die Einflat zum Fluss, Bach, See, wie auch immer. Steht da noch irgendwas? Glaub' ich nicht. Also sind doch recht schnell mit den Ketten jetzt, ne? Ja, doch. Hat der Motor eigentlich noch was gebracht? Hab' ich gar nicht nachgeschaut. Nö. Irgendwie voll sinnlos. Konstruktion abgeschlossen. Ach ja, das ist nur... Und da greifen sie nämlich schon an. Jetzt fahren sie dann nicht mehr weg, wie es aussieht, ne? So. So macht es doch schon viel mehr Spaß. Dann verliere ich eben, das sind Dutzend Einheiten, das ist mir auch scheißegal. Da, mach das Ding dann mal platt hier. Konstruktion abgeschlossen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Ich kann noch mehr erforschen. Coole Sache. Oh Gott, Stellung für Gauss-Kanone. Aufhängung mit Gauss-Kanone. Wo ist mein Commander? Nicht vorne mit dabei, das ist gut. So, jetzt blassen wir erstmal hier alles weg, was irgendwie noch da rumsteht. Konstruktion abgeschlossen. Ich weiß nicht. Egal, blasst die Dinger weg, komm. Ziert euch nicht so. Vorwärts jetzt. Rein da. Das ist Schluss mit lustig. Obblasst alles weg, mir egal, was das für... und Verluste bringt. Oh Gott, da steht... Boah, fuck, haben die viel Verteidiger. Oh, fuck. Ich glaube, die Fabrik, die wollen wir doch kaputt machen.